Es war wieder ein tolles Gefühl, auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich denke, es ist auch genug lange Zeit, in der man ferngeblieben ist. Deswegen war die Vorfreude schon groß. Ich bin wieder glücklich, hier sein zu dürfen und auch hier mit der Mannschaft arbeiten zu können. Ja, ich denke, das ist nicht nur mein Wunsch, das ist der Wunsch von jedem Trainer, dass man so schnell wie möglich den Kader beisammen hat. Aber die Pandemie ist ja längst bekannt und die Situation ist auch bekannt und manche Gespräche gestalten sich einfach auch schwierig. Und insofern arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir schnellstens den Kader komplettieren können und dann auch dementsprechend beisammen sind. Ja, grundsätzlich führe ich immer Gespräche mit den Spielern. Es wäre ja verkehrt, wenn es nicht so wäre. Das war einfach ein Gespräch zwischen Trainer und Spieler, was man auch intern behalten sollte. Qualitativ gute Spieler, die mit einer hohen Portion Mentalität hier nach Hannover wechseln und die Gier haben, das Maximale zu erreichen. Ja, die mache ich seit dem ersten Tag schon. Und seit dem ersten Tag an schon bin ich derjenige, der sich wünscht, dass die Zuschauer wieder ins Stadion kommen. Es ist einfach ein schreckliches Gefühl, wenn man selber als Trainer an der Linie steht und keine Zuschauer im Stadion hat. Ich denke, das Gefühl gilt auch für die Spieler. Aber vor allem ist es auch für mich als Zuschauer vorm TV auch nicht angenehm, wenn man Spiele beobachtet ohne Zuschauer. Die Zuschauer im Stadion sind ein wichtiger Bestandteil, aber trotzdem die Gesundheit der Menschen und vor allem der Kampf gegen diese Pandemie geht natürlich vor, was wir oder was ich auch natürlich dementsprechend respektiere. Grundsätzlich muss ich eins mal loswerden. Ich habe große Hochachtung vor dem Menschen Ron-Robert Zieler, aber auch vor seiner bisherigen Karriere, was er auch bisher geleistet hat. Das sollte man einfach nochmal klarstellen. Es geht aber, ich bin Trainer und es ist meine Aufgabe, meine Pflicht gegenüber dem Verein auch eine sportliche Einschätzung, eine sportliche Meinung mit dem Verantwortlichen, in dem Fall Gerrit Zuber und ich, auch uns zu entscheiden und auch Entscheidungen zu treffen. Und wir haben uns sportlich für diesen Weg entschieden, weil wir einfach diese Meinung hatten. Das hat aber nichts und gar nichts mit den Menschen und vor allem auch mit der Karriere von Ron-Robert Zieler zu tun. Wir haben eine große Hochachtung davor und das wollte ich einfach nochmal klarstellen. Ich hatte vor Wochen schon mit Ron ein offenes, ehrliches Gespräch. Der Ron ist von meiner Seite aus informiert worden und es ist meine Pflicht, auch meine Aufgabe als Trainer, jedem Spieler mitzuteilen, wie seine Situation ist und wie ich ihn auch einschätze und wie ich auch die Zukunft dementsprechend sehe. Und dieses Gespräch haben wir geführt und damit ist auch, denke ich, auch alles gesagt. Und wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, dass von unserer Seite aus vor der Karriere und vor dem Menschen Ron eine große Hochachtung existiert. Aber wir haben uns einfach, wie gesagt, auch dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und damit ist, glaube ich, auch dann auch alles gesagt. Ich kann als Trainer die Gespräche führen und ich denke, ich habe noch vor dem letzten Spiel das Gespräch mit ihm geführt. Und meine Aufgabe ist, als Trainer mit den Spielern über sportliche Belange zu sprechen. Und das habe ich mit jedem Spieler getan, weit es geht getan. Und insofern denke ich, dass die Kommunikation zwischen uns, also zwischen mir und dem Ron schon klar und deutlich war. Wie gesagt, auch da habe ich mit dem Spieler ein Gespräch geführt. Wir waren sehr transparent, offen, ehrlich und haben auch dementsprechend die Entscheidung auch begründet, dass die Spieler dann natürlich auch nicht hurra schreiend durch die Gegend laufen, auch enttäuscht sind. Das verstehe ich. Ich verstehe auch die Fans, dass wir dann natürlich auch solche jahrelang gediente Spieler dementsprechend vielleicht auch davor schützen wollen. Aber nochmal, es ist meine Aufgabe, meine Pflicht oder wir gemeinsam mit Gery Zuber zusammen hier Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir gemeinsam getroffen und dem Spieler auch relativ früh und rechtzeitig auch mitgeteilt, wie seine Situation aussieht. Auch da muss man nochmal sagen, habe ich auch große Hochachtung vor dessen Karriere und vor dem, was er bisher auch geleistet wird und auch nach den Verletzungen zugekämpft hat. Und genauso wie bei anderen Spielern auch. Und insofern denke ich, auch da ist alles gesagt worden. Ja, ich frage mich, ich wähle das Gerüst. Ich denke, wir haben leider den Waldemar Anton verlieren müssen nach Stuttgart. Das ist ein Verlust. Da brauchen wir nicht drüber reden. Janis Horn gehört nun mal FC Köln und muss nach Köln zurückkehren. Ein John Guidetti, der auch im Wechselspiel immer vorne drin war, mit Henne, Duxi, Seddi, muss auch nach Alaves, weil das alles Kostenfragen sind. Und rechts hinten haben wir uns einfach momentan anderweitig entschieden. Deswegen haben wir schon das größte Stamm beisammen gehalten, der auch in den letzten Spielen auf dem Platz war. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wenn wir uns Spieler nicht leisten können, aus finanziellen Gründen, das müssen wir akzeptieren. Und auch wir aus Hannover oder wir in Hannover müssen es auch akzeptieren, dass wir uns auch nicht jeden Spieler leisten können und auch uns nur so lang strecken können, wie es nur geht. Ich muss nochmal sagen, ich bin ein sehr großer Freund von Kontinuität. Und ich weiß auch, dass es eine große Basis für den Erfolg ist. Aber es ist auch, wie gesagt, meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Gerry dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Ich hätte auch gerne den größten Stamm. Ich hätte auch gerne, dass Janis Horn da ist. Ich hätte auch gerne, dass John Guidetti da ist. Ich hätte auch gerne, dass Waldemar Anton noch da ist. Hätte ich alles gerne. Aber das Leben ist, wie gesagt, kein Wunschkonzert. Und man muss auch gewisse Situationen um den Verein, wo es auch um die Wirtschaftlichkeit geht, auch verstehen. Und ich bin Trainer und ich will immer gute Spieler haben beisammen. Aber es ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und da ist immer der Verein gefragt. Und ich bin immer für einen gesunden Verein. Deswegen kann ich auch den Verein in der Hinsicht auch nachvollziehen, dass man auch nicht alles um jeden Preis macht. Und das sollten auch alle Leute wissen. Ja, das ist... Man gewöhnt, der Mensch gewöhnt sich einfach natürlich auch dran. Und wir haben uns auch natürlich jetzt dran gewöhnt. Aber wie gesagt, wir sind auch sehr froh, dass endlich auch ein Stück weit Normalität eingekehrt ist. Und jetzt fehlen nur noch die Fans im Stadion. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch so schnell wie möglich die Fans im Stadion begrüßen dürfen. Vor allem wir mit unserer Fanpower, mit unserer Stärke im Hintergrund. Finde ich immens wichtig und dementsprechend auch total wichtig. Und ich wäre natürlich auch froh, wenn unsere Fans auch in die Zukunft sofort mit uns wieder auf den Platz mehr oder mehr mitgehen können und uns auch dementsprechend unterstützen. Ja, ich denke, es ist momentan zu früh, um über Ziele zu sprechen, weil wir noch nicht den aktuellen Kader oder den endgültigen Kader haben. Sobald wir den endgültigen Kader beisammen haben, können wir gerne über Ziele sprechen. Momentan sind wir, glaube ich, nicht in der Lage, uns über diese Ziele zu unterhalten.